Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Caro. Heute dreht sich alles um die Olympischen Spiele, die jetzt in Kürze starten. Ich habe euch passend zu meiner Lieblingsdisziplin, dem Boxen, ein richtig cooles Kostüm heute mitgebracht. Das möchte ich euch jetzt gleich gerne mal zeigen. Ich hoffe, es gefällt euch. Für alle von euch, die selber eine Motto-Party oder einen Themenabend für die Olympischen Spiele planen, schaut auf jeden Fall unter www.karnevalmegastort.de bei uns im Shop vorbei. Wir sind eure Adresse, wenn es um tolle Kostüme, Accessoires und Raumdekorationen geht. Wir haben eine Riesenauswahl für euch. Stöbert durch, lasst euch inspirieren und ich ziehe mich jetzt für euch um. So meine Lieben, ich habe mein Kostüm an. Ich blende euch jetzt auch gleich hier unten noch ein Ganzkörperbild von mir ein, dass ihr das ganze Kostüm mal sehen könnt. Also ich finde es richtig cool, ich hoffe, es gefällt euch auch. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Haut rein!